Hallo, ich bin's, dein Fernseher. Und ich darf sie, dich, zu einer Sondersendung für 10 Jahre SMS-AT einladen. Na, schau mal. Ja, grüß Gott in Österreich, grüß Gott beinahmt, sagt der Schnarcher Sepp. Ja, diesen Klingelton da könnt ihr zuhause holen bei SMS-AT. Die feiern den 10. Geburtstag und ich finde, das ist eine recht liebe Geschichte. Und wie sagt schon alte Bauernregel, ist die Nummer von der Feuerwehr nicht mehr in deinem Handy drinnen? Ja, dann ist sie wahrscheinlich gelöscht worden. Ja, ich grüße alle Gfraster, hier ist Herbert Brauasker. Grüß Gott, du ist Hans Krankel, H.W. Hütteldorf, K.W. K.W. K.W., du bist schön für Sie, dass ich da bin. Ja, Hans, pass auf. Es ist so, es ist 10 Jahre SMS-AT. Daher meine Frage, wie würdest du das Ganze rekapitulieren? Was? Ja, rekapitulieren. Huch zu, was heißt da rekapitulieren? Ich kapituliere niemals und vor einem Reh schon gar nicht. Du wirst rübergefahren. Hans, Hans, du sollst einmal Bilanz ziehen. Das gefällt mir schon besser. Huch zu, SMS-AT. Ja, ich habe als Trainer sehr, sehr viele Spiele. Owe Klaut. Owe Klaut. Ja. Und bei SMS-AT kann man sehr, sehr viele Spiele runterladen. Das gefällt mir weit besser. Ich finde großartig. Tolle Leistung von SMS-AT. Das ist das Wichtigste. Allsonderes Premier. Ja, ich muss auch sagen, ich bin eigentlich wirklich sehr ein großer Fan von SMS-AT. Und ich muss auch sagen, Gratulation. 10 Jahre ist eigentlich wirklich sehr, sehr lange, wenn man bedenkt, dass 9 Jahre wesentlich kürzer ist. Gute Nacht. Ich liebe mich. Guten Abend, hier ist Dolly B, Dolly Basta. Bei einer ganz heißen Ruf mich an. Hier auf SMS-AT könnt ihr alles runterladen. Klingeltöne und ganz heiße, erotische Spiele. Entschuldigung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das mit dem SMS, das habe ich eigentlich schon vor Jahrzehnten hinter mich geblieben. Mit diesen Perversionen möchte ich persönlich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Tschüss. Ja, guten Abend. Du bist der Alf Beuer bei SMS-AT. Freut mich, dass ich da bin. Ich bin ja auch Steirer und die Steirer haben mir das SMS-AT erfunden. Warum? Ich weiß es nicht. Die Steirer können weder reden noch schreiben und erfinden SMS-AT. Ja, du kannst nichts machen. Nein, du kannst nichts machen. Licht aus. Hallo, ich bin's wieder, dein Fernseher. Na, das war doch jetzt alles wunderbar, oder? Und mein guter alter Freund, Peter Alexander, das singt jetzt für dich, für euch noch ein kleines, feines Liedchen. Meine Damen und Herren, ich sage nur Happy Birthday to you. SMS. Happy Birthday to you. SMS. Happy Birthday. SMS-AT. Happy Birthday to you. So schön. Dankeschön. .